Halli Hallöchen meine Freunde und damit herzlich Willkommen zurück zu Foundry, wo wir anfangen den ganzen verdammten Planet zu zu pflastern. Ja, so muss das sein. Okay, dann kann das hier aber wieder weg. Nur der Optik halber. Sonst komme ich durcheinander. Ich weiß ja, wenn ich eh den ganzen Planet zu pflastern will, aber ich weiß noch nicht, ob ich in diese Richtung muss. Weil wir müssen ja jetzt das nächste Erz finden. Oh, wie ist denn das? Habe ich noch Erde? Nö, jetzt natürlich nicht mehr, die habe ich entsorgt. Weil da könnte ich jetzt mit Erde wieder zumachen. Wo kommt der denn her? Machen wir da einfach so einen Baublock. Kommen. So. Gut, machen wir mal bis hier wieder weg. So. Brenner Generator ist bei 50%. Macht der nicht weiter oder fehlt dem was? Die machen immer noch Vollgas weiter hier. Obwohl die eigentlich alle voll sind. Ah, ne, okay, sind nicht alle voll. Äh, dieses Ding war leer. So. Und dieses Ding? Ach du Schande. Ist da viel Zeug drin. Oh Mann, ich habe zu viel von diesen Platten. Ja. Diese Platten meine ich. Ich brauche die nächstgrößeren Container. Da muss es doch größere Container geben. Was ist das denn? Warum macht der nicht weiter? Warum macht der nicht weiter? Oh, da war leer. Oder ist auch das Strom ein Problem. Oh ja. War auch kein Strom mehr da. Das ist natürlich unvorteilhaft. Ja, da habe ich den Strom ein bisschen sausen lassen. Das heißt, wir brauchen wieder ein bisschen Biomasse. Machen wir hier mal dieses Gestrüpp weg. Das ist überall ungestrüppt. So, wunderbar. Dann haben wir auch einen besseren Ausblick auf unsere... auf unseren anderen Blöds. So. Ich muss eh mal schauen, wie weit jetzt da unser Strom ist. Unser Strom ist wahrscheinlich im Moment relativ wenig. Okay, wir haben wieder ein bisschen Biomasse. Können wir hier nochmal auffüllen. Ach ja, hier kommt ja nichts mehr raus. Denn es fehlt an Förderbändern. So, und hier Strom. So. Jetzt sollte auch die Forschung weitergehen. Ja, sehr gut. Okay. Dann können wir eigentlich... Bänder müssten wir genug haben. Und schon wieder Waldsamen. Und die Kisten. Machen wir da nicht gerade nochmal Samen? Ne. Machen wir es. Die Lampe aus. Das... Ich muss die Kiste da lassen. Das ist einfach zu viel. Ja, ich muss die Sachen herholen. Aber das Band wird wahrscheinlich nicht reichen, oder? Das ist einfach. Nee. So, genau. Forschung abgeschlossen. Von wo kommen wir denn? Von hier. Das ist hier. Das ist hier. So, Förderband leer. Mehr Förderband. Logistik-Container. Container. 32 Plätze. Keine Ladeunterstützung. Ach so. Da machen wir davon mal einen. Da können wir den ganzen anderen Schied reinstopfen. Bergbaubohrer. Wir haben doch den anderen Bohrer. Haben wir doch schon erforscht, oder nicht? Ach, Quatsch. Blödsinn. Scanner. Ich bin doch doof. Wo ist der Scanner? Erz-Scanner. Oh, Moment. Kann unser Scanner das schon? Oh, ja. Ach so. Das ist hier drin. Im Boden. Naja, dann müssen wir hier mal ein bisschen freigehen. Ach, guck an. Da ist es schon. Da ist es schon. So, und jetzt muss ich das nämlich mal anders aufziehen mit diesen Thronen. erst mal eine schöne große Fläche freimachen. Dass die da auch überall gut hinkommen. Dass die da auch überall gut hinkommen. Das ist in die Richtung, ne? Das ist in die Richtung. das ist ja hier im boden drin wie war das das geht tief in den boden rein das heißt wir könnten wir waren erst mal die oberfläche frei dann habe ich auch wieder erde zum auffüllen dahinten und dann können wir hier noch ein bisschen das ging so frei leben und dann kommen die nämlich da überall schön ran die dröhnchen ich weiß die können ja dann die bohren sich da ein loch rein und dann gehen die da rein aber ja so ist das so ist das cooler Mist warum komme ich da nicht hin da ist nämlich hier das ist ja hier nur der anfang vom berg den wir jetzt hier mal kurz halbiert haben fast schon so das nenne ich freigelegt hier noch ein bisschen hier noch ein bisschen hier noch ein bisschen so man merkt schon ich bohre gern gut ich könnte mir da jetzt zwar schon selber was holen aber eins nach dem anderen wir brauchen davon wahrscheinlich dann auch wieder mehr also von mir her ja das ist mal geil freigelegt aber ist doch ganz schön weit weg vom Schuss gut wie sieht es aus keine aktive Forschung das kann so nicht bleiben okay ähm Backbau Bohrgeschwindigkeit können wir machen oder 50 so viele haben wir nicht oder ne das heißt da muss ich noch sehr viel mehr machen das könnte theoretisch auch der hier machen wenn er sich dann da aus den zwei dingern raus bedingt aber andererseits ist das ja eigentlich schnell gemacht so okay ja die erde hier so 17 stück haben wir noch okay gut alles an erde weg verschaffen so das hier soll ein intake sein aber das band läuft in die falsche richtung ja das band läuft in die falsche richtung mal sehen man das merkt ja tatsächlich alles drehen ja Ah, jetzt, ähm... Mensch, Mensch, Mensch. Entschuldigung. Wo ist mein Band? Hier. Ach so! Äh, hier, Förderband. Ach so, ich muss von hier bauen. Sonst funktioniert das nicht. So, bis hier. Und dann bis hier. Und dann kommen die Stange. So, bis hier zumindest. Und dann ab hier läuft's falsch. Wenigstens geht das Förderband schnell weg. Ja, so ist es, wer noch nicht aufpasst. So. So. Merke, Förderband immer in die richtige Richtung bauen. Und da hab ich sogar... Sogar einen Klotz rausgeholt. So. Förderband, Förderband. Und... Licht aus. Denn es ist wieder Tag. Ich komm, Förderband. Ui, ui. So. Einmal bis hier. Und dann weiter bis... Bis hier. Und dann bis hier. Und dann so. Und dann so. Und dann so. Und dann so. So, jetzt ist zumindest mal dieses hier angeschlossen. Und bisher, wir haben ja einfach genug. Also die Menge hier, die sind auch schon wieder aus. Also das hier läuft noch. Aber die Drohnen, die haben auch schon wieder aufgehört, weil hier alles voll ist. Und hier ist ja auch noch unfassbar viel Zeug drin. Und da ist ein großer Container, genau, den wollte ich aufstellen. Den tun wir mal hier. Neben das Ding. So, und dann kann ich nämlich hier... ...mal schon mal das Ding reintun. Ach so. So. ...den kleinen Container. Und ein bisschen davon. Na, boh, ey. Nö, das passt eigentlich. Das müsste ich ja jetzt rausholen können. So. Und dann können wir nämlich die Kiste abbauen. Und die kommt dann auch da rein. Nein. Gut. Dann ist das schon mal so der, der Vorrat-Dingens da. 50. Für Bohrgeschwindigkeit. Also das heißt, wir brauchen noch viele davon. So. Da können wir schon mal hier einiges wegziehen. Jetzt können wir uns nämlich hier an den Rohren bedienen. Gut. Und dann kommen hier auch Bohre nach. Und da hinten sollte es dann ja eigentlich auch wieder laufen. So. Äh. Sonst habe ich nichts mehr, ne? Rumfahren. Eigentlich nicht. So. Ich gehe mal eben kurz schauen. Ob das hier noch alles rechtens ist. Strom ist noch da. Oh, aber nicht mehr viel. Müssen wir mal, mal, mal ein bisschen hier abholzen. Diese widerliche Natur. So viel davon. Äh. Hier, die Großen da. Die geben richtig. Die Dinger hier. 38 geben die. Weg mit diesem Ohrwald. Ja, nimmt einem nur die Sicht. So, ich denke mal, dann werden wir genug Biomasse haben. Da braucht es natürlich auch noch eine Automatisierung. Eine Automatisierung. 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 Automation. Ja, wir haben immer. So, wir sind auch weg. Weg mit dem Ohrwald. Weg mit dem Ohrwald. Weg mit dem Ohrwald. Weg mit dem Ohrwald. Einmal hier voll. Einmal da voll. Hier sind 200. Da kommt nichts raus. Warum? Die Schmelzen kommen nicht hinterher. Die Schmelzen brauchen relativ lang. Ach, weil die hier voll sind. Weil hier noch Dinger fehlen. Äh. Lader. Einmal hier und einmal hier. Nicht Intake. Output. So. 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 Gut. Jetzt sollten meine Stangen in. In Maßen. Äh. In Massen kommen. Wieder. Okay, was sagt denn mein Inventar. Da von den Platten. Haben wir nicht mehr so viele. Hier habe ich die Schräge gebaut. Mal ausprobieren. Okay. Cool. Ja. Hoch. Brauchen wir nur nicht. Gut. Dann können wir die erstmal. Kann man die zerlegen? Ne. Nur zerstören. Aber dann ist er weg. Das wollen wir nicht. So. Erstmal weg das Ding. Und dann brauchen wir noch mehr. Davon. Für Forschung. Forschungsfenster läuft noch, oder? Ja. Das ist das Ding. Genau. Ja. Wir müssen sehr viel forschen. Ja. Ja. Das ist. Ja. Hier läuft nichts mehr. Maschinen Inventar voll. Alles voll mit diesen Platten. Gut. Ähm. Da war dieses Erz. Das heißt, da müssen wir auch noch hin. Und brauchen noch mehr Container. Aber die Container sind halt auch klein. Das ist ein bisschen doof. Schon wieder hier. Samen. Weg damit. Zerstören. Zerstören. Sortieren. Zerstören. Zerstören. Und sortieren. Ich schaue mir mal noch mal die Forschung an. Äh. Beziehungsweise. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine Folgenpause. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt. Time to play. Foundry. Bis dahin. Macht's mir gut. Tschüss. Tschüss.